Ahn geht der, tot. Oh, der kommt von der anderen Seite, glaub ich. Oh, hier die Tür aufgegangen. Ab die. Sehr schön. Oh, er ist über mir. Da. Ich hab kein Fall mehr. Nein, aber er blutet. Ja, er ist verblutet. Oh Gott, ey. What the fuck, wann. Hier links mal raus, hier rechts mal raus. Oh ja, ich sehe ihn. Ja, komm. Ich bin auch da. Hab ihn. Ja, sehr gut. Perfekt. Hehehe. Hehehe. Stopp hier hinter, würd ich sagen. Hm. Wo's denn Munition da geht. Ah, hier bei uns. Headshot. Jawoll. Sehr gut. Doppelhit. Kommt jetzt hier links. Oh ja. Angehendetet. Nein. Mein Bogen, er blutet. Ja. Oh, er wirft, er wirft, er wirft. Na ja. Oh, er wirft, er wirft. Und dann brenne ich ihn ab. Tausend Dollar. Er löscht. Oh, ich hätt's löschen können. Ah ja, er ist, er brennt noch. Hier hinter. Ah, Headshot. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Sehr gut. Ja, ich muss heilen. Ich bin angegriffen. Oh. Ah. Wo war der denn? Auf ihn. Mit dem Klohaus. Oh. Ja. What? Schuss. Oh. Ja, die anderen schießen halt immer. Sehr schön. Oh. Nein. Ja. Der war neben mir. Eigentlich wollte ich die aufheben, aber scheiße. Was ist ein Dreckskerl. Der ist jetzt alles durch. Jetzt ist alles vorbei. So, jetzt. Oh Gott, oh Gott. Oh ja, hab einen. Sehr schön. Pass auf die Werfen. Back da. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Oh. Hab einen anderen. Sehr gut. Oh, der ist ja auch hier, der ist ja auch hier, der ist auch bei mir. Ich hab hier Munition hingelegt. Ich hab hier Munition hingelegt. Der ist ja auch. Nice. Boah, fuck, was hat der denn geschossen? Ja. 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 Hab Headshot. Sehr schön. Nice. Oh. Getraded. Das ist immer ne rotes Scheiße. Ja. Das ist immer ne rotes Scheiße. Ja. Geil. Oh, das war ein Tumult hier, eh. What the fuck. Irgendwas... Irgendwas schießt auf mich? Schallgedämpftes. Ah, fuck, hinter dir. Ja, noch ein anderes Team wahrscheinlich. Angehettet? Tot. Keine Ahnung. Ich weiß nicht wie, weil ich hab ihn nur angehettet. Verblutet? Ne. Oh. Ich seh nicht. Vielleicht von innen. Pass auf, der springt hoch. Jawoll. Wie oft denn noch? Aber das müsste der sein. Das ist ein Solo. Der hebt sich wieder... Ach nee, der hat ja nur einmal einen Negro. Hm. Ja, nee, dann ist gut. Warte mal kurz. Ja, warte mal bis du voll bist. Und dann vielleicht nimmst du Bounty, um zu gucken. Hm. Aber wer hat denn jetzt... Ah, fuck. Oh, fast. Angehettet. Wo ist der andere? Habe ein. Der andere ist hier. Ah, ne. Oh, wir flüst. Zurück. Okay, das geht in die Hose bei ihm. Angehettet. Sehr gut, ich halte mich nicht mehr. Tot. Sehr gut. Ne, sind beide hier. Oh, direkt vor. Nein. Ah, krass. Habe ein. Headshot. Ja, sehr gut. War's das? Sehr gut. Ja. Das war's. Alle beide. Direkt am Ende der Straße. Oh, hier ist einer. Ja, die sind beide hier. Hier ist bei mir einer. Hier ist es direkt bei mir. Angehettet. Ja, ja, ich sehe ihn. Tot. Sehr gut. Vielleicht. Vielleicht. Ah, der steht. Da war er gerade. Eingangstür wurde unter Feuer gesetzt. Hier war er gerade. Headshot. Hab ihn. Sehr gut. Oh, hier war's. Wack, 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 wack. Ich bin glücklich gegen Gift. Ich hatte die Frage, ob er vorher den, den anderen wiedergebelebt hat. Oder ob die jetzt beide tot sind. Das weiß ich noch nicht. Die ist weg. Noch schon die Bounty. Ja, die ist, das ist die, die von oben schießt. Hab wieder einen. Sehr gut. Schaut mit der Slug. Richtig geil. Hier ist einer, der, der, der schleicht hier. Aber ich hab hier einen von, vom Compound zu ne Bounty, der ist hier durch den Gewicht. Headshot. Soll ich immer schießen? Ah, shit, ist zu spät. Ah, ich hab einen. Ah, hinter Baum. Ja, der läuft hier hin, der Fetty. Also. Ah, der ist schon... Der läuft hier rein. Schön low. Ist low. Auf wen? Sehr gut. Katana in 1865. Kann ich gleich mal die Zone durchtauschen. Headshot. Sehr geil. Einen zumindest. Kann ich noch ne Falle liegen müssen. Oh, vor mir! Was war das? Hinter mir! Okay. Sehr gut. Ich weiß nicht, wer er ist. Das war doch nur ein Assist. Fetty nervt. Die müssen direkt hier an einem Ölturm sein. Ölturm. Achso. Ölturm. Ah, hier vorne. Headshot. Wo waren wir hier? Tatsächlich hier? Ah, hier hinten. Tatsächlich. Auf dem Dach. Headshot. Stark. Oh. Ah, ich sehn. Hier. Dann wird das. Tot. Nice. Tot, tot, tot. Beide tot. Boah. Scheiße. Ach, von der anderen Seite war der 100%. Oh, fuck. Ja, ich hasse es, hell. Ich... Wie du das machst, ist einfach nicht richtig. Ah, hier. Er ist tot. Ja, und der oben. Wie wird jetzt? Hatschot. Ja, das ziehe ich von nach dem Kopf. Ja, er fickte hof, fickte hof. Ah! Deile tot. aber guck dir das andere wie das war sie sich ja auch ich sehen gerade ja geil der auch da drin der ist unten oder nicht habe ja Naja. Ich dürfe den Buss nicht machen. Und er stirbt vielleicht. Beide tot. Er ist tot. Beide tot. Beide. Warte. Weiß. Geil. Warten die auf irgendwas? Ah, hier unten. Redshot. Dann geht es. Hier. Da, alle drei. Headshot. Sehr schön. Ah, der andere ist hier. Ah. Hier genau, hier. Schade. Geschoss, die sind dem falschen Zug. Und? Aha. Der hat das tot. Wie geil das war. Oh mein Gott. Ja, ja, die kommen jetzt hier, glaube ich, lang mehr. Hier sehe ich einen. Hier hinter dem Stein. Ja, du müsstest hier vielleicht... Ich sehe sie, ich sehe sie hier. Sie guckt. Headshot. Oh, sie hat mich gerade so nicht getroffen. Das war ganz knapp. Headshot. Der ist an meiner Richtung Süden. Ja, schau. Ich bin genau zwischen denen meistens. Sehr schön. Seht der hier drin? Lass mal hier bitte hinten jetzt hier. Lass mal ihn hier bitte pushen. Ihr müsst euch schon einigen wenige pushen. Nehmen wir jetzt ihn hier. Der ist da hinten. Und jetzt guck, wo der andere ist. Hä? Abgehauen. Guck, wo der andere ist. Hä? Abgehauen. Dann.